Bei unserem Rundgang durch die Hallen hier bei Bioenergy 2020 haben wir ein Forschungsobjekt entdeckt, das so gar nicht wie die anderen Forschungsobjekte aussieht und bei näherer Betrachtung auch keines ist und trotzdem eine wichtige Rolle spielt. Es handelt sich um diesen Lehmofen, der hier in einer Ecke steht und trotzdem, man sieht es, wissenschaftlich analysiert wird. Herr Erwin Roteneder, das ist das Projekt, was Sie betreuen, wenn Sie zu mir kommen. Worum handelt es sich dabei? Ich habe gesagt, es ist ein Ofen und das ist es auch. Genau. Ja, also es handelt sich hier um einen Kochofen. Der wurde entwickelt vom Hafenermeister Richard Jusl aus dem Waldviertel gemeinsam mit dem Kachelofenverband in Wien. Es handelt sich um einen Kochofen mit Backfunktion und einer Warmhaltefunktion für das Gekochte und das Wasser, das Gewärmte. Er wird eingeheizt von dieser Seite. Soll hat hier das Backrohr und dann geht der Zug raus und führt die Abgase ins Freie. Das heißt einmal, das erste Grundsätzliche, es wird das Abgas ins Freie geführt, wodurch sich die Situation, die gesundheitliche, also diese Emissionen und der Staub, der wird einmal aus dem Gebäude entfernt, aus den Hütten. Und wir haben es ja mit einer Situation zu tun, in der oft auf offenen Feuerstellen gekocht wird, wo also dann eben diese Emissionen entstehen, die gesundheitsschädlich sind und wo wenig Energieeffizienz beim Verbrennen des Rohstoffs, zum Beispiel Holz, dabei ist und genau darum geht es bei diesem Projekt. Genau. Es geht darum, dass das Holz meistens in afrikanische oder asiatische Länder sehr knapp ist, von weit her transportiert werden muss. Das ist meistens Arbeit der Frauen und Kinder. Das heißt, man kann der Bevölkerungsschicht sehr viel helfen, indem man diese Öfen umsetzt. Er ist zu beheizen mit Abfallholz, mit kleinen Spreißeln, mit eher minderwertigem Holz und hat eine sehr hohe Effizienz. Dadurch, dass die Brennkammer geschlossen ist, erreicht man auch eine gute Verbrennung. Also im Vergleich zu diesen drei, zu diesen offenen Feuern oder diesen Dreisteinfeuern, also eine Ersparnis um sicher 70, 80 bis 90 Prozent. Und damit auch Schutz für die natürlichen Ressourcen, die ja sehr enden wollend in vielen dieser Länder sind. Genau. Also man schont dadurch die Ressourcen und setzt so diesen permanenten Abholzen ein Ende. Und so gesehen ist es ein Projekt, das die Säulen, auf denen Bioenergy beruht, Nachhaltigkeit genau fördert. Genau. Das Projekt wird von Bioenergy unterstützt, obwohl es kein Projekt ist. Also es fallen da für uns keine Kosten an. Wir dürfen Gasanalysatoren und die Messstände benutzen. Und so ist es auch jetzt wirklich zu einem Bioenergy Projekt geworden, obwohl es zuerst nur eine Privatinitiative war. Was könnte oder ganz konkret die Messungen, die hier durchgeführt werden, können dem Projekt wie weiter auf die Beine helfen? Wir haben im Messen die Kochleistung und die Emissionen weiterhelfen können, indem man wieder zusätzliche Erfahrung gewinnt, mit wie viel Holz, welche Zeitintervalle, wie kann man diesen Ofen bestmöglich betreiben. Man kann auch so einen Ofen überheizen, dass man viel zu viel Brennstoff nachlegt, dann leidet die Verbrennungsqualität. Dass man einfach den Betrieb optimiert noch. Aber den Rohstoff dafür, Lehm, gibt es überall auf der Welt und infolgedessen könnte eine optimierte Form dieses Ofens dann überall relativ einfach nachgebaut werden. Genau. Die Grundidee war, Material, das verfügbar ist auf der ganzen Welt für diesen Ofen herzunehmen und das war im Lehm. Und nur mit einigen wenigen, es sind ganz wenige Eisentorsteuer und Jutegitter, aber sonst ist es fast nur aus Lehm und daher kann er wirklich fast auf der ganzen Welt noch gebaut werden. Also das einzige, was jetzt fehlt, ist eigentlich im Grunde genommen eine Suppe, die hier köchelt. Naja, das, was da drin ist, ist vielleicht nicht so für den unmittelbaren Verzehr geeignet. Da machen wir den Topf lieber auf den Deckel wieder drauf, aber grundsätzlich eine spannende Initiative und ein Beweis dafür, wie breit und wie weit und wie nachhaltig Bioenergy aufgestellt ist.